Du... Eigentlich müsste ich dich ja saufen lassen. Wie kann man so blöd sein? Wie kann man so blöd sein? Ich reg mich nicht auf. Nein, nein, tue ich nicht. Nein, nein. Tue ich ganz und gar nicht. Nein. Okay. Dann nochmal das ganze Spektakel vor Frau Croft. Ja? Miss Croft. Weiß ich für den Scheiß. Das ist schon deprimierend. Aber gut. Ist ja nicht so, als hätten wir das schon mal gemacht. Nein, ist ja auch nicht so, als hätten wir das schon das dritte Mal gemacht. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Du hast doch eben gerade genau das gleiche gemacht. Beziehungsweise ich habe eben gerade genau das gleiche gemacht, ja? Und du machst jetzt wieder so einen Trick oder was? Ey. Manchmal macht er PC jetzt richtig oder die von allein das Richtige und manchmal nicht. Verarschen? Ach, mein Gott. Da würde ich gerade am liebsten Kopf schütteln, aber selbst das ist zu viel für dieses Spiel hier. Kopfschütteln hat es nicht verdient. Nein, doch, doch. Das ist wieder momentanes Aufregen. So wie so oft. Solange es sich nicht weiterspielt und ich irgendjemanden aufhöre, ist es kein schlimmes Aufregen. Aber ich glaube, das könnte hier nicht mal passieren, weil es eben so ein gutes Spiel an sich ist. Danke sehr. Das erspart mir einiges an Zeit, glaube ich. Ja! Bis der Weg frei ist. Bis der Weg frei ist. Aber so viele sind es ja nicht mehr. Da muss ich nur noch irgendwie nach oben kommen. Und dann machen wir Schluss. Ich wollte nur noch dieses Rätsel zu Ende kriegen. Und dann war es das erste Mal. Das war dann schon viel zu viel, glaube ich, fürs Aufnehmen. Aber hey, lieber zu viel haben als zu wenig, ne? Aber wenigstens haben sie das alles richtig eingeplant gehabt, ja. Na also. Dann wollen wir nochmal. Hoppala. Einer zu hoch. Flieg! Flieg! Oder auch nicht. Aber hey, jetzt haben wir das letzte, ja. Das andere letzte kommt jetzt dran. festhalten, fällig. So. Danke sehr. So. Bitte sehr. Na, endlich. Das war's. So. Yo, jetzt muss ich nur noch das Ding betätigen und dann war's das. Ach, Moment. Heißt du, ist das right? Okay. Das ist doch wieder einfacher als gedacht. Du, 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 geschafft. So. Lasset das Licht hereinstrahlen und lasset uns erleuchten. Alle Ungläubigen. Moment mal. Hier, nee. Hier sind wir falsch. Wir sind nicht im Gottesdienst. Nein. Habe ich nie gesagt. So. Wir kommen jetzt hier runter. Und dann hier runter zu springen. Ja. Hu, 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 hui. So, jetzt geht's ab hier rüber. Endlich. Endlich. Wir haben nun endlich die Möglichkeit. Das Licht. Ach, es sieht schon echt cool aus. Ich muss mal sagen, es sieht echt cool aus. Ich weiß, dass da irgendein Reliquius ist. Mir wurscht. Oh, scheiße. Oh. Scheiße. Okay. Angstschlüssel. Check. Jetzt geht's unten auf. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So gefällt mir das. Hm, ich hätte die Mini-Uzis meinem Kampf ausprobieren können. Also ich denke mal, dass Mini-Uzis sind, sehen so aus. Aber ich glaube, die Gelegenheit wird sich noch bieten, die zu benutzen. Leider. Achso, okay. Und dann kommt man hier raus. Okay, die haben ordentlich Kraft. Und schlucken ordentlich Munition. So, bin sehr... Aber hier habe ich jetzt mal einen Kontrollpunkt gesetzt. Okay, hier müssen wir... Ah, guck mal da hin, ist was. Boah. Nice. Okay, aber Schrubb brauchen wir nicht. Hier haben wir auch nicht mehr so viel von. Naja. Okay. Ich rüste mal trotzdem die Kali über 50 Dinge aus. Wohl nicht. Ich nehme die normalen, weil es ist einfach viel praktischer, glaube ich. Okay. Ich schaue mal gerade auf die Uhr, die sagt... Okay. Ich muss mich jetzt gerade überlegen, wie lange es braucht, bis meine Festplatte wieder voll ist. So lange ist das immer gar nicht. Besonders nicht bei so einem Spiel hier. Das braucht halt schon mal so eine... Festplatten-Oberfläche, ne, sozusagen. Ich muss sagen. Okay. So weit, so gut. Ich sehe schon, wo ich gleich entlang muss. Beziehungsweise ich sehe schon, wo ich jetzt entlang muss. Genau. Hier. So. Jo, genau. Hier gegenüber, ne? Jo. Dann nochmal gegenüber. Jo, ich sehe auch schon, wo wir dann weiterhin gehen. Oder ein Gemüssen, eher gesagt. Noch einen nach oben. Und dann oinchen. Jo, tatsächlich. Okay. So weit, so gut. Das erste Rätsel sozusagen gelöst. Boah. Alter, fuck you. Rechtsviecher. Die sehen immer so instabil aus. Deswegen lasse ich das ja mal am liebsten. Noch weiter dran zu hängen. Okay. Und... Wooppa. Benutzen. Juhu. So. Nächster Kontrollpunkt, bitte. Dankeschön. Puhu. Ich schaue es mir an. Wenn ich sofort eine Lösung sehe, mache ich es. Wenn nicht, mache ich Aufnahmestopp. Okay. Was zur Hölle? Dock dich doch! Dock dich doch! Dock dich doch! Moment mal, habe ich den falschen Knopf gedrückt? Oh oh. Ich glaube, ich habe den falschen Knopf gedrückt gehabt. Hoppala. Ja, habe ich. Entschuldigung. Okay. Das tut mir leid. Okay. Immer noch das gleiche Ladebild. Ich meine, wir sind schon so lange hier drin und dann immer noch das gleiche Ladebild. Das geht ja wohl nicht. Ich meine, irgendwann ist ja auch mal Schluss, oder? Okay, das geht ja noch so ganz einfach. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass ihr dann unbedingt weiter sprintet schon, also so einen Hechtsprung macht. Das hatte ich jetzt gerade nicht im Gedächtnis. Okay. Und machen wir das jetzt eben nochmal. So. Okay. Boah, ist das nochmal das gleiche? Also es geht nochmal nach dem gleichen Prinzip, das heißt, es sollte dann eben zu lösen sein. Oh, von daher. Machen wir. So, das Ding geht dann wahrscheinlich hier runter. Wer hätte es auch gedacht, ne? Ich meine, erscheint ja dann doch irgendwie logisch. So ein bisschen jedenfalls. Genau, das war zu erwarten. Jo. The same as every year, sozusagen. I don't. Okay.